Alright guys, wir sind wieder back und heute meine lieben Freunde spielen wir den neuen Arena Modus und dieser Arena Modus bannt alle SSR Characters, ich weiß nicht wo wir sehen können, ich glaube hier war das wenn wir hier in die Teamaufstellung gehen, dann sehen wir hier, alle SSR Characters werden gebannt das heißt alles unter SSR, also SA, also die blauen und die grünen kann man nutzen und so sieht mein Team aus, ich hatte noch keinen Attacker, noch keinen Juno gebildet deswegen habe ich ihn schnell aufgebildet und das wird mein Team sein, mit dem ich versuche hier die Rankings zu climbten wird interesting, was für Builds man da sehen wird es gibt auf jeden Fall sehr interessante SR Characters und auch R Characters aber ich glaube schon, die SSR Characters sind, ja, viel besser als die R Characters das gute in diesen Arena Kämpfen ist, man sieht Characters, die man gefühlt noch nie gesehen hat ähm, habt ihr mal gegen den normalen Aster gespielt? ich, also ich, vielleicht ein, zwei Mal in ganz Black Clover Mobile ähm, aber dann Juno habe ich auch schon mal gesehen, die spielt man in Raids also halt in diesen, ähm, schwierigen und die habe ich auch mal gespielt, also ja sieht nach einem interessanten Team aus ich gebe uns, äh, Mobility dann schauen wir mal, was wir machen können ich werde direkt rein ulten, was macht er mal wieder, Ult? Handlungsunfähigkeit, 60% für zwei Runden, hört sich gut an ähm, ist auch wieder sehr stark, weil es eine AOE ist ähm, für ein SSR, okay, Bro okay, Bro, die genuked, ähm wir, ich weiß nicht, was macht das ARG Reduzierung ich glaube, er wird am meisten Damage machen, deswegen mache ich auch mal das die wird dann auch tot sein und, ja, wir mussten hier gerade gar nicht healen, also, vor daher ähm, hat man eigentlich den Main Damage Dealer gekillt, ist die Runde eigentlich vorbei oh, die healt eigentlich ganz gut, not bad ähm, das Gute ist, dass der Typ hier ich jetzt, ich möchte jetzt seinen Namen wissen Valtos, genau, Valtos ähm, dass er Yuno mit dem Magic ARG-Buff, das ist sehr strong ähm, ja, wir ballern hier einfach rein, hier auf Mimosa ähm, boah, das war actually viel Damage äh, interesting dann, okay, leider haben wir hier das hier ähm okay, okay wir möchten einfach Mimosa killen die könnte wie viel wird die healen äh okay, gar nicht mal so viel, geht eigentlich klar okay, das ist nice dann machen wir das East One-Shot okay ist vorbei ja, ist auch wieder sehr interesting äh, der macht natürlich kein Damage aber, der ist, glaube ich, ein extra guter Tank guck mal, wie viele Buffs er hat interesting ähm, bei mir ist halt so wenn mein Yuno dead ist, habe ich eigentlich die Runde verloren äh, Yuno hat ja, ist halt mein Damage-Dealer hier der wird hier mit Abstand am meisten Damage machen und wenn er tot ist, ist die Runde halt vorbei oh, okay, da spielt Finral dann noch Asta ich bin nicht der Einzelne, der Asta nie gebildet hat Asta ist bei mir immer auf Level 40 ähm, oder er ist halt nur auf Level 40 weil ich halt Bindung mit ihm gerindet habe wie mit fast jedem Charakter gut, dann machen wir Mobility Finral Finral gegen Valthus wer wird am meisten okay, mein hat gewonnen gut, das ist actually eine sehr starke Ult reduzierte Verteidigung und Schwächung reduzierte Verteidigung okay, interesting äh, ist auch wieder not bad das war guter Damage Handlungsunfähigkeit ihm direkt gegeben das, ist das gut Spott Spott ist schon strong der wird aber EOI haben also von daher ähm, oh, ich glaube der ist tot ja oh, let's go let's go, ja ist, oha, er hat allen okay, das ist stark er hat allen Spott gegeben das tut weh und er guardet so mäßig das ist echt ein interesting Charakter also dieser S.A. Aster ähm, machen wir das hier gut, gegen Ult äh, gegen EOIs ist er halt, äh ja, kann er nichts machen, ne äh, dann machen wir halt ja, I guess ähm, dann brauchen wir die einfach runterchippen leider hat er noch eine Healerin ich finde actually wäre es besser vielleicht ist sogar Mimosa besser als, äh Farmy ist eine kurze Namen vergessen gut, Valtos macht, äh, Magic ANG dann, okay, cool ja, okay der hat eigentlich gar nicht mal so wenig Damage gemacht dann gehen wir natürlich auf, oh, ho Bro, chill out da ist ein Big Damage okay, interesting geil okay ja, also aber mein Team ist schon not bad also ich muss schon sagen mein S.A. Team ist schon gar nicht mal so schlecht ich hab die beiden hier halt schon gebildet natürlich Valtos auch wegen dem Speed ähm, Team ganz am Anfang von Black Clover Mobile ähm, und die beiden hab ich halt wegen den Blue in dem blauen Dungeon halt ähm, wegen dem roten Dungeon nicht in dem blauen Dungeon bläh, ich kann nicht reden hab ich die halt gebildet und ja dann spiel ich die einfach weil die ist schon schon extrem strong okay jetzt seid Aster auf Level 55 mal schauen wie er tankt das wird, äh auf SSR angelehnt alright ähm cool dann machen wir uns Mobility äh, ich glaub der wird uns outspeeden mit, weil, mit Finral oder? ne, okay ja, DGs oder? Speed Damage ah ne, es war gar nicht mal so viel Damage aber gegen Klein warte, er hat kein er hat keinen Damage ach man, was ein Typ alter was macht das? magische oh, magische AMG Reduzion das ist stark gegen einen Healer das ist strong dann machen wir noch Stärkung weg alle Buffs bye bye oder fast alle Buffs besser gesagt bitte okay er hat mhm ach nein er hat ihn auch spottet schade ähm okay das hat er auch er hier trotzdem so viel Junge insane okay 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 interesting interesting dann machen wir halt die AOI Attacke nice das ist strong sehr strong dann Spott geben wir also keiner von dem macht Damage also das ist so dumm von dem dass er kein Attack aber warum ich war kein Attack ich hab extra Juno also halt gebildet aber ich hatte auch kein Attack weil meistens hatte man halt einen besseren SSR den man früher gebildet hat ähm ja dann hab ich ja ein paar Ressourcen verwendet um Juno ein bisschen zu bilden war der schon not bad auf jeden Fall ja ich glaub der ist einer der besteren SSR boah geil das ist das richtig coole Ability von Juno dass wenn er einkillt macht er einen AOI Angriff nochmal und das ist extrem strong die wird ein bisschen healen glaube ich genau dann killen wir die einfach und ich denke man kann hier nicht falsch bilden Hauptsache ihr habt einen Attacker einen Speed oder einen Supporter halt der euch Speed gibt Finral oder Valtos ähm ich denke ohne die könnt ihr hier gefühlt nicht überleben ähm ihr würdet wahrscheinlich sterben äh dann am besten vielleicht halt ein Healer das auf jeden Fall und sonst vielleicht ein Debuffer oder ein Tank ohne die würde man hier glaub ich äh aber ich glaub ich hab auch jeden Max extubed außer Juno und Juno hat auf äh hier Luck ist der hier Luck interesting ich hab absolut keine Ahnung was er macht ähm ja ich glaub der ist tot halb Advantage gegen Luck und ja ähm ähm ja ist scheißegal allein so machen wir das so machen wir das die wird gleich fast gar nicht mehr healen die Buffs alle löschen ja Finral ist auch eigentlich gleich dead ähm das nervige ist halt for real Aster wenn man ihn tanky bildet dann wird die Runde so lange dauern ähm ok könnte actually ah ne Finral macht aber A und G oder macht er alle A und G ne er hört A und G ne Walter ist schon besser für mein Team hier wenn ihr einen Attacker habt der halt auf A und G basiert dann würde ich mit Finral gehen und dann machen wir das hier ja das ist zum Beispiel nervig ja Spott ist extrem nervig würde ich viel healen ja geht die hat ganz gut geheilt eigentlich ok die hat kein Spott bekommen dann ok die wird er will dann nicht killen oder das ist sehr gut machen wir das würde ich kill nein aber die hat Spott gemacht das ist not bad actually die heals ok das war eigentlich gar nicht mal so schlecht aber ja die Runde ist hier vorbei für den Kollegen hier machen wir boom auch man schade so ja sollte eigentlich vorbei sein ich finde eigentlich solche Arenen ganz interessant und ich würde auch auf jeden Fall empfehlen das zu spielen das ist einfach Free Rewards und ich finde das macht tausendmal mehr Spaß als der normale ähm ja normale Ranking Ding was wir haben also normale PvP weil das hier halt Abwechslung hat Double vielleicht soll ich das auch spielen Double Speed Buffer das ist ultra nervig ja was auch immer was soll man tun was soll man tun der würde mich outspeeden das ist schade aber joa uns vorbei ne wir haben überlebt das ist gut ist bei dem vorbei ja ja geht doch das geht eigentlich klar hier wir gehen auf Finral ich glaube der wird sogar sterben ja das war guter Damage actually wir healen glaube ich jo wir healen einfach mal stark nice heal äh macht der Spott ja oh der ist der guardet jetzt okay doch der hat doch Spott gemacht bin ich dumm oder nur nur Valtos okay dann machen wir das hier und joa ist vorbei ja wie gesagt sehr interessanter Spielmodus äh ich freue mich auf mehr von solchen Sachen weil das normale PvP Ding spiele ich nicht mehr also sowas ist ganz schön erfrischend auf jeden Fall auch mit sehr guten Rewards die wir uns jetzt anschauen werden überblicken noch mal kurz welche Rewards wir hier haben ähm oh ja das das wunderbar ähm für die Endgame Spieler das ist das das sieht doch wunderschön aus oder dafür lohnt es sich schon zu spielen für die Zubehör aufwertungssteine da haben wir noch Zubehör beschwörungstruhe leider kein oh joa bis la ja lohnt sich das was sind die la drop rates 0,07 ii ok ja äh das sieht nicht so geil aus wenn das einfach ein warum warum gönnen die nicht so wisst ihr warum gönnen die nicht das muss nicht mal eine Auswahlstruhe sein aber wenigstens ein la Zubehörteil ja Ausdauer ist extrem nice die Jewel joa kann man machen wenn man Jewelmangel ist nice das ist sehr schön 3 ok man bekommt entspannte 12 pro Tag kann man sich welche holen dann halt noch äh ein Rahmen Feuerrahmen ist auch ganz nice ein Skin für Rapper oh Gott ja das ist das ist sehr nice das zum Beispiel das auch und das lohnt sich glaube ich nicht mehr so viel so krass ja dann würde ich sagen W Shop ich würde sagen spielt das äh spielt dieses Event lohnt sich auf jeden Fall dann würde ich sagen danke fürs zuschauen und Dankeschön